Hallo zusammen, heute haben wir einen neuen deutschen Ausdruck. Unser Ausdruck heute ist daran, dran, sein. Daran, dran, sein bedeutet an der Reihe sein, der Nächste, die Nächste sein. Im Englischen sagen wir it's his turn, it's my turn. Im Arabischen addaur aleyhi, addaur aleyha, addaur aleyha. Beispiele dafür, sie ist daran, sie ist dran, bedeutet sie ist die Nächste. Wir sind daran, wir sind dran, bedeutet wir sind die Nächsten. Daran, dran, sein kann auch einen Satz mit zu mit Infinitiv haben. Beispiele dafür, ich bin dran zu kochen und aufzuräumen. Er ist daran, den Müll rauszubringen. Und ihr seid jetzt dran. Ihr könnt einen Satz in die Kommentare schreiben. Tschüss.